Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 161 Flora und Fauna der magischen Welt Dritter Teil Am Abend trafen sich Remus und Harry bei Hermine. Schon die ganze Zeit über hatte Harry die vielen Pergamente beäugt, die Remus mitgebracht hatte. Doch als Hermine dazu aufforderte, diese bisherigen Ergebnisse auf den Tisch zu legen, da kam er sich ganz schäbig vor. Während Remus nämlich seine fast 30 Seiten ordentlich zusammengeheftet präsentierte, da zog Harry nur ein gefaltetes Stück Pergament aus seiner Hosentasche, das er mit neidischem Blick auf Remus' umfangreiches Werk wie in Zeitlupe verlegen entfaltete. Hermine grinste. Harry, das ist in Ordnung, wenn bei dir nicht viel rausgekommen ist. Zeig mal, was du hast. Sie streckte ihm die Hand entgegen und er gab ihr sein einziges Blatt Pergament, für das er sich momentan in Grund und Boden schämte. Harrys Unmut bemerkend sagte Remus, als er einmal auf seine Arbeit deutete. Das ist nicht alles über die Pflanzen. Ich bin durch Zufall noch auf etwas anderes gestoßen, das Hermine interessieren könnte. Deswegen ist es so viel. Oh, gut, sagte Harry nicht sehr überzeugend. Was heißt A-B? fragte Hermine, die weiterhin sein Pergament studierte. Ich habe in Klammern dahinter geschrieben, ob es sich um Augenzeugeberichte handelt oder um L, damit meine ich Legenden aus südlichen Regionen. Sehr gut, damit können wir schon was anfangen. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich Augenzeugeberichte über die Sichtungen von Knuckern gibt, murmelte Hermine. Von was? fragte Remus. Harry lächelte erleichtert. Ich weiß auch nicht, was das für Dinger sein sollen. Nein, ich habe es akustisch nicht verstanden, erklärte Remus. Hermine wiederholte das Wort, woraufhin Remus nickte. Ach so, Knuckert, das sind doch diese Wasserdrachen. Harry zog einen Schmollmund, nickte jedoch zustimmend. Nachdem sie Harrys Notizen studiert hatte, fragte Hermine. Remus, hast du schon alle Pflanzen durch? Es fehlen nur noch zwei, aber zu denen habe ich erst gar nichts gesucht. Ich denke, über Flubberwürmer wissen wir alles, wie auch über Florfliegen, oder? antwortete Remus lächelnd. Mit strahlenden Augen verkündete Hermine. Dann sind wir ja fertig. Wir haben Informationen über alle Zutaten, die in dem Trank vorkommen, den Severus genommen hat. Dann müssen wir jetzt nur noch anfangen, die Zutaten zu sammeln. Harry machte Großaugen. Zu sammeln? Wir sprechen hier auch von Drachen, Hermine. Ich dachte, den würdest du übernehmen. Du bist der Einzige, der darin Erfahrung hat. schlägerte Hermine. Doch Harry war nicht zu scherzen aufgelegt. Ich habe kein Verlangen danach, mich mit einem kryptozoologischen Wasserdrachen anzulegen, Hermine. Wir brauchen ja nur ein paar Schoppen. Warf Hermine beschwichtigend ein. Die bekäme ich nicht einmal, selbst wenn ich höflich fragen sollte. Von Drachen hätte Harry ein für allemal genug. Schlichtend griff Remus ein und empfahl belustigt. Ruhig Blut. Ich würde sagen, wir fragen Charlie. Denn wenn einer was über Knugger weiß, dann ja wohl der Fachmann. Ja, natürlich. Von der Idee war Harry natürlich begeistert. Ich kann ihn fragen, Hermine. Noch heute Abend nach unserem Treffen, wenn du möchtest. Zustimmend nickte sie. Gut, dann wäre das erledigt. Wie machen wir das mit dem Drachenfisch? Auch hier hatte Remus einen Vorschlag. Denn er sagte. Fragen wir doch erst in einigen Läden nach, ob die solche Zutaten führen. Wir sollten nur bei den Pflanzen vorsichtig sein, die ausschließlich Bestandteil von schwarzmagischen Tränken sind. Denn wir wollen ja nirgends negativ auffallen. Dann sollten wir das diese Woche noch erledigen. Denn ab Montag müssen Harry und ich wieder ran. Da sind die Ferien vorbei. Nickend sagte Remus. Wir könnten morgen nach dem Frühstück erst eine Liste mit den Zutaten machen und dann gehen wir zusammen in die Winkelgasse. Darf Ginny mitkommen? fragte Harry. Na warum denn nicht? Um elf Uhr abends war Harry bei sich im Wohnzimmer und kniete am Kamin, um Charlie anzuflohen. Er wusste, dass er ihn so spät noch erreichen konnte, weswegen er sich wegen der Uhrzeit keine Gedanken machte. Harry. Hörte er Charlies Stimme. Falls du Ron haben möchtest, der ist mit den anderen vor ein paar Minuten per Portschlüssel abgereist. Ron war mit Angelina und seinen Eltern über Silvester in Rumänien gewesen. Nein, ich wollte eigentlich dich sprechen. Mich? Was für eine Ehre. scherzte Charlie. Lass mich raten. Es geht um Drachen. Woher weißt du das? wollte Harry wissen. Warum sonst solltest du mich um diese Uhrzeit anflohen? Es war Harry ein wenig unangenehm, aber Charlie lag völlig richtig. Mit ihm war er, auch wenn er ihn gut leiden konnte, allein schon wegen der räumlichen Distanz nicht so eng befreundet wie mit Rons anderen Brüdern. Ja, stimmt. Vielleicht können wir uns ja mal vor Juni mit Ginny sehen. Ich glaube nicht, dass wir am Tag unserer Hochzeit viel Zeit finden werden, Charlie. Ich werde im März bei meinen Eltern sein. Bill und Fleur kommen auch, Harry. Da können wir uns sehen. Also, was kann ich für dich tun? Es geht um Knugger. Ich brauche Schuppen von diesen Drachen. Er hörte Charlie auflachen. Wie kommst du denn auf die? Die sind seit mehreren Jahrhunderten ausgestorben. Das kann nicht sein. Ich weiß, dass jemand die Schuppen vor 20 Jahren in einem Trank verwendet hat, versicherte Harry. Ich verstehe. Mit einem Male hatte Charlie ganz ernst geklungen. Es tauchen tatsächlich immer wieder Schuppen von diesen Drachen auf. Aber glaub mir, Harry, die Tiere sind tot. Leider. Man konnte heraushören, dass es Charlie als Drachenliebhaber in der Seele wehtat, solche Exemplare nicht mehr in Natura sehen zu können. Ich kann dir aber einen Tipp geben. Ich bin ganz ohr, sagte Harry neugierig. Die Schuppen verwesen kaum, haben eine extrem lange Haltbarkeit. Wenn es diese Wasserdrachen nicht mehr gibt, wer könnte dann trotzdem an ihre Schuppen herankommen? Harry überlegte. Er stellte sich vor, wie ein Wasserdrache in einer dieser tiefen Unterwasserhöhlen starb oder einfach tot auf dem Boden des Sees sank. Die Antwort war leicht. Das fühlte Harry. Mit einem Male fand er sich in Gedanken im großen See wieder und nur kurz, weil er auch Cedric vor seinem inneren Auge erblickte, fühlte er tiefe Trauer. Doch dann... Natürlich! brach es aus Harry heraus. Die Wassermenschen im großen See! Richtig, die handeln damit. Wenn jemand Schuppen von einem Knucker hat, dann sind es mit Sicherheit die Wassermenschen. Wenn du welche haben willst, musst du nur einen Weg finden, dich mit ihnen zu verständigen. Nein, erklärte Charlie. Das werde ich irgendwie hinbekommen. Danke, Charlie. Ach, du hast keine Schuppen, oder? Nein, aber ich würde gerne eine haben, als Andenken an eine der ausgestorbenen Arten, sagte der Drachenfreund. Ich denke, das ließe sich einrichten. Vielen Dank nochmal und gute Nacht, Charlie. Dir auch und lass mich wissen, ob du Erfolg hattest, sagte Charlie verabschiedend, bevor sein Kopf aus dem Feuer verschwand. Was war das denn? hörte er Ginny hinter sich fragen, die eben erst von Pomona und Neville zurückgekommen war. Nachdem Harry sich umgedreht hatte, erklärte er, ich habe deinen Bruder Charlie angeflucht. Wegen Knuckerschuppen. Harry nickte, woraufhin Ginny fragte. Sagst du mir auch, wofür dir gut sein sollen? Hermine braucht sie. Remus und ich helfen ihr. Ach ja, wir gehen morgen in die Winkelgasse, wenn du mitkommen möchtest. Er kam auf sie zu und küsste sie auf den Mund. Werdet ihr da morgen nur nach irgendwelchen komischen Dingen Ausschau halten, oder geht er auch in Läden, die mich interessieren könnten? fragte sie mit einem unterdrückten Lächeln, denn sie schien die Antwort bereits zu kennen. Ich glaube, das erste trifft wohl zu. Tut mir leid, Ginny, aber ich habe versprochen, dass ich Hermine helfe und... Ist doch in Ordnung. Ich komme trotzdem mit. Ich muss Fred und George einfach erzählen, wie toll ihre Feuerwerkskörper waren. Außerdem wollte ich mir bei Flourish and Bloods ein Buch kaufen. Beruhigte Ginny ihn. Nach dem gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen erstellten Remus und Hermine bei Harry und Ginny erst eine Liste mit den Zutaten und sie überlegten sich Antworten, falls einer der Verkäufer fragen sollte, wozu sie bestimmte Pflanzen benötigen würden. Hermine erklärte, dass man in der Apotheke in der Winkelgasse bestimmt einige Zutaten bekommen würde, andere auch in dem Laden für Pflanzen und Trankzutaten, Phantasm Plantare, in welchem sie jetzt schon zweimal gewesen war. Mr. Heat kannte sie bereits und würde ihr sicherlich auch Auskünfte über die fragwürdigen Zutaten geben. Kaum waren sie per Apparition in der Winkelgasse angelangt, verabschiedete sich Ginny auch schon und machte sich auf den Weg in den Bücherladen. Wir treffen uns in zwei Stunden beim Eissalon und wenn ihr dann noch nicht da seid, fügte Ginny gut gelaunt hinzu, dann genehmige ich mir noch eine Stunde. Gut, sagte Harry und winkte ihr nach. An Hermine und Remus gewandt, fragte er, wo gehen wir zuerst hin? Wir können uns aufteilen. Einer geht in die Apotheke. Hermines Vorschlag wurde von einem lächelnden Remus unterbrochen. Wir haben jetzt zwei Stunden. Wenn wir uns aufteilen, dann sind wir so schnell fertig, dass wir noch eineinhalb Stunden auf Ginny warten dürfen. Remus hat recht, Hermine. Lass uns das alles zusammen machen. Also auf in die Apotheke. Harry wartete keine Antwort ab, sondern marschierte einfach los. Na gut, stimmte Hermine zu. Höflich hielt Harry ihr die Tür der Apotheke auf, sodass erst Hermine und dann Remus eintraten. Drinnen roche es nach verschiedenen Kräutern. Einige Gerüche waren sehr aufdringlich, andere süßlich. Aber am durchdringendsten war der Gestank von dem Sud, der hinter der Theke im Arbeitsbereich des Apothekers in einem kleinen Kessel köchelte. Harry verzog das Gesicht und hielt sich eine Hand für die Nase. Kunden, habe ich mich doch nicht verhört, sagte eine ältere Dame in einer Ecke des Ladens freundlich. Zuvor hatte man sie gar nicht sehen können, weil ihre Haare, ihre Kleidung genauso schneeweiß waren, wie die gestapelten Säcke, vor denen sie saß, um ihnen etwas zu entnehmen. Die kleine Schaufel in den Sack fallen lassend, erhob sich die Dame. Man hörte ein lautes Knacken, woraufhin die Heilerin in Hermine beinahe der Versuchung erlag, die Frau die Kniescheiben untersuchen zu wollen. Guten Tag, grüßten alle drei fast zeitgleich. Auf ihre Kunden langsam zurumpelnd, fragte die alte Dame, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wir haben hier eine Liste mit Zutaten, die teilweise recht selten sind und wir wollten wissen, ob wir die bei Ihnen erwerben können. Hermine hielt ihr die Liste hin, die die Apothekerin das erste Mal nicht greifen konnte, weil sie offensichtlich schwer sehen konnte. Hermine ahnte, dass die Frau die 100 Jahre längst überschritten haben musste. Dann werden wir mal sehen, murmelte die betragte Frau, die sich ihre Halbmondbrille zurecht drückte. Harry fragte sich in diesem Moment, ob er in hohem Alter auch mal so eine tragen würde und die Liste beäugte. Während die Apothekerin die Liste studierte, sah Hermine sich aus lauter Verlegenheit im Laden um. Die Regale reichten bis unter die Decke und waren vollgestopft mit kleinen Töpfchen, Schälchen und Gläschen. Ganz unten auf dem Boden standen die hüfthoeren Töpfe, Schalen und Gläser, ähnlich wie in Severus Büro und in seinem Labor. Sie betrachtete versiegelte Ampullen, birnenförmige Fiolen, verschieden große Messkolben, Behälter aus Holz, Metall oder eher Malle und in ihrem Inneren wusste sie, welche Zutaten in welchen Gefäßen aufbewahrt wurden. Flubberwürmer sollte man im Glas aufbewahren, Phönikstränen in luftigsten Ampullen, damit sie nicht verdunsten und getrocknete Aphrodillwurzel waren in atmungsaktiven Holzbehältern am besten aufgehoben, zusammen mit einem Billiwickstachel, damit ungeziefer fernbleiben würde, weil sie diese magischen Insekten fürchteten. Hermine, sagte Harry, weswegen sie sich umdrehte. Ich sagte, begann die Apothekerin erneut, dass ich nicht einmal die Hälfte der Zutaten auf Lager habe. Ein paar könnte ich bestellen, aber es kann sehr lange dauern. Das Sprechen strengte die Dame sehr an. Wir würden gerne das mitnehmen, was sie auf Lager haben, antwortete Hermine, der es unangenehm war, so weit weg in ihren Gedanken gewesen zu sein. Es war nervenaufreibend, wie lange die alte Dame dazu benötigte, alle Zutaten zusammen zu suchen. Andererseits hatte Hermine deswegen auch etwas Zeit, sich den Laden genauer zu betrachten. Durch eine offenstehende Tür konnte sie ins Lager schauen, welches sehr geräumig wirkte. Ganz hinten machte sie eine weitere Tür aus, deren dahinterliegender Raum sich für ihr verbarg. Überall an den Wänden hingen Löffel aus verschiedenen Metallen, auch welche aus Gold. In einer Ecke, sehr eingestaubt und voller Spinnweben, befand sich ein Standmörser mit einem massiven Stößel, so groß wie ein kleines Ruder. Es tut mir leid, sagte die Apothekerin, wenn es etwas dauert. Es war der Frau sichtlich unangenehm, nicht mehr so gut zu Fuß zu sein. Darüber hinaus lief sie leicht gebeugt und sich schienen Schmerzen in den Knien zu haben. Sie besorgte alles per Hand, nichts mit dem Zauberstab und Hermine erinnerte sich daran, wie Severus ihr einmal gesagt hatte, sie solle sich gleich angewöhnen, ihre Zutaten auf altmodische Weise an den Tisch zu holen, um Unfälle zu vermeiden. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? bot Hermine an. Das wäre nett. Die Bären des schwarzen Nachtschattens finden Sie. Hermine griff selbstsicher in ein Regal und zog einen undurchsichtigen, nicht beschrifteten Behälter aus Metall heraus. Die Apothekerin schaute verblüfft rein. Woher wissen Sie? Was, dass die Bären hier drin sind, das ist der einzige Behälter aus Bronze zwischen den ganzen anderen Bären, erklärte sie, als wäre das die logischste Sache der Welt, denn die gesuchten Bären sollte man nicht dem Sonnenlicht aussetzen. Die ältere Dame lächelte gutmütig. Mit Hermines Hilfe waren die Zutaten viel schneller zusammengesucht, sodass die Apothekerin sich nun daran machen konnte, die Waren zu verpacken. Zunächst zögerte Hermine, doch sie fragte, ob sie auch hier helfen könnte und die alte Dame ließ sie daraufhin sofort hinter den Tresen kommen. Die verschiedenen Zutaten wickelte sie gemeinsam in Papier oder füllten sie in kleine Wegwerfbehälter, als sich plötzlich die Tür öffnete und ein Kunde mittleren Alters eintrat. »Ich brauche unbedingt Stachelschweinpastillen, Gretchen«, sagte der Mann vertraut klingend. »Sagt mir nicht, dass Winfried wieder Vorrunkel hat«, den Kopf schüttelnd, fügte sie hinzu. »Ich sag dir, das kommt von den vielen Süßen, das er isst.« »Ich kann es ihm nicht verbieten«, nörgelte der Herr, der möglicherweise von einem zuckerkranken Verwandten oder Freund sprach, vermutete Hermine, denn Diabetiker waren für Vorrunkel recht anfällig. Sich umsehend fand Hermine die Pastillen und reichte das Glas der älteren Dame, was die und auch der Kunde mit einem verwundeten Lächeln kommentierten. Während die Apothekerin den Herren bediente, packte Hermine ihre eigenen Waren weiter ein, sodass sie durch Zufall in dem Moment fertig geworden war, als der Kunde den Laden wieder verließ. Wieder den privaten Bereich des Tresens verlassend, wartete Hermine zusammen mit Remus und Harry darauf, bezahlen zu können, was leider auch etwas Zeit in Anspruch nahm, denn Hermine musste die Dame daran erinnern, wie viel von welcher Zutat sich in welchem Päckchen befand. »So, das macht dann 262 Galleonen, die junge Dame«, sagte die ältere Dame und allen dreien entgleistete bei dem hohen Preis gleichzeitig die Gesichtszüge. »Machen wir 250 daraus, weil sie so hilfsbereite Kunden waren?« »Ich habe gar nicht so viel bei mir«, gestand Hermine. Helfend sprang Harry ein. »Kein Problem, wenn Sie kurz warten würden, ich bin bei Ihnen bei Gringotts.« Zehn Minuten später waren die Zutaten bezahlt. Noch immer war Hermine ein wenig über den Preis schockiert und sie fragte sich, was die andere Hälfte der noch fehlenden Zutaten wohl kosten würde, als sie die Tür von außen ins Schloss zog und auf ein Schild starrte, auf dem in großen Buchstaben geschrieben stand, »neuer Inhaber wegen Geschäftsaufgabe gesucht.« Vorhin hatte sie das Schild gar nicht bemerkt, weil Harry ihr die Tür aufgehalten hatte. »Hermine?« fragte Remus, sodass sie ihren Blick von dem Schild abwandte und sie sich wieder dem Tagesplan widmete. Der Text des Schildes hatte sich in ihren Hinterkopf eingebrannt. »Gehen wir zu Phantasm Plantare. Ich hoffe, dass Mr. Heat da ist.« Sie ging vor und wies den Weg. »Ich bin mal kurz bei Fred und George und hol mir eine Gummischlange oder auch zwei«, informierte Harry, der gleich darauf verschwand und nach nur 30 Sekunden Rekordzeit wieder zurückkam, denn in der Regel konnte man sich von den Zwilligen nur schwer losreißen. Mr. Heat war tatsächlich vor Ort und er erkannte Hermine wieder. »Ah, guten Tag, junge Dame. Ich hoffe doch, Sie bringen das Geschenk für den Professor nicht zurück?« fragte er scherzend. »Nein«, erwiderte sie mit einem freundlichen Lächeln. »Wir würden gerne bestimmte Dinge kaufen. Viele sind nicht sehr geläufig und einige, naja, einige könnten vielleicht einen falschen Eindruck erwecken.« Mr. Heeds Gesichtszüge wurden sehr ernst. »Von welchen Dingen sprechen wir? Schwarzmagisches gibt es bei mir nicht.« »Warten Sie doch ab. Hier, sehen Sie.« Sie reichte ihm ihre Liste, auf der die eben erworbenen Zutaten schon gestrichen waren. Doch auch die überflog Mr. Heat, bevor er die Stirn runzelte und murmelte. »Ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu.« Er tippte auf einen Punkt auf der Liste von oben herab, sagte er schroff. »Von dem gespenstigen Steinregen sollten Sie wirklich die Finger lassen, sonst fallen Sie ihnen ab. Ist einem meiner Händler damals passiert. Warum wollen Sie den überhaupt haben?« Er brust über den Thronfall, konterte Hermine. »Ich denke nicht, dass ich mich vor Ihnen rechtfertigen muss.« Sie wissen genau wie ich, dass mit den Früchten überwiegend schwarzmagische Tränke hergestellt werden. Und Sie wissen auch, dass das nicht erlaubt ist. Ich bin drauf und dran, Sie bei der magischen Strafverfolgungspatrouille zu melden. Ich bin schon einmal von einem meiner Kunden angeschwärzt worden, weil ich fragwürdige Zutaten besorgt habe. Das wird nicht noch einmal geschehen. »Mr. Heat«, beschwichtigte Remus allein mit dem gütigen Klang seiner Stimme. »Wir arbeiten zusammen an einem Projekt.« Er deutete auf Harry, bevor er fortfuhr. »Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Miss Granger hier.« Er legte eine Hand auf Hermines Schulter. »Ist Heilerin. Sie hat den Mungos mit Bestnoten abgeschnitten.« Mr. Heat hob anerkennend eine Augenbraue. »Sie wird demnächst noch ihren Meister in Zaubertränken absolvieren und darüber hinaus in zwei Monaten bei der Körperschaft der Zaubertränkemeister eine Neuheit vorstellen.« »Tatsächlich?« fragte Mr. Heat begeistert, dessen Laune sich mit einem Mal um 180 Grad gedreht hat. »Ich werde die Tagung auch besuchen. Verraten Sie mir etwas über Ihre Neuheit?« »Ich«, Hermine war verlegen. »Nein, ich denke, ich sollte im Vorfeld besser nichts darüber sagen.« »Oh, das verstehe ich nur zu gut. Ein guter Freund, ein ehemaliger guter Freund, hatte mir einmal die Arbeit von mehreren Jahren gestohlen und dafür das Patent beim Ministerium angemeldet, was ich schon viel früher hätte machen sollen. Haben Sie das schon getan? Wenn nicht, dann rate ich Ihnen, so schnell wie...« »Das ist schon erledigt, Mr. Heat«, versicherte Hermine freundlich. »Gut, dann werde ich mal sehen, inwiefern ich Ihnen behilflich sein kann.« Erneut ging Mr. Heat die Liste durch und murmelte bei jeder Zutat einen Namen, wahrscheinlich den Namen eines Händlers oder Bekannten, von dem er diese Zutaten besorgen könnte. Nur bei Zweien zog er Luft durch die Zähne ein und sagte leise zu sich selbst. »Oh, das wird schwierig.« Nach einer ganzen Weile blickte er auf und sagte selbstsicher, »Das wird eine kostspielige Liste, junge Frau.« Betreten blickte Hermine zu Harry hinüber, der einmal nickte und ihr auch verbal die Gewissheit gab, »Ich habe genug abgehoben.« Sie schenkte ihm ein dankbares Lächeln, bevor sie sich an Mr. Heat wandte und fragte. »Haben Sie alles?« »Was ich nicht habe, beschaffe ich schnell über den Kamin. Nur zwei Zutaten müssen Sie selbst besorgen. Ich kenne da einen Händler, von dem ich weiß, dass er Sie haben wird. Aber ich kaufe schon seit Jahren nichts mehr von ihm. Er nimmt Wucherpreise und zieht einen bei jeder Gelegenheit über den Tisch. Die Adresse gebe ich Ihnen gern. Aber sagen Sie bloß nicht, dass ich Sie schicke.« »Nein.« Hermine schüttelte den Kopf. »Das werden wir bestimmt nicht.« Es war eine Adresse aus Frankreich, die Mr. Heat ihr gegeben hatte. Hermine hatte nicht gehört, wie viel Harry für die Zutaten hatte zahlen müssen, aber sie ahnte, dass es nicht wenig gewesen war, weil er ihr, nachdem sie den Laden verlassen hatten, schmunzelnd nahelegte. »Damit rettest du gefälligst eine Seele, Hermine. Hast du verstanden?« »Ich tue mein Bestes«, antwortete sie grinsend. Remus trug bereits die Papiertüte aus der Apotheke, während Harry nun die von Phantasma Plantare unter den Arm geklemmt hatte. Ginny, die sie im Eissalon trafen, der trotz des kühlen Wetters gut gefüllt war, trug eine Tasche in der Hand, in der ihre Brüder ihr wahrscheinlich einige interessante Dinge mitgegeben hatten. »Sag mal, Harry«, begann Hermine, »weißt du, ob Bill und Fleur jetzt noch bei ihren Eltern in Frankreich sind?« »Es war Ginny, die antwortete.« »Ja, sie kommen in zwei Tagen zurück.« »Dann werde ich sie anflohen. Vielleicht können sie mir die beiden Zutaten noch schnell besorgen und mitbringen.« »Was fehlt noch? Der gespenstliche Steinregen und die Leuchtorgane von dem Drachenfisch?« fragte Harry. »Ja, und die Schuppen von dem Knucker«, vervollständigte Hermine. »Aber du hattest ja gesagt, dass Charlie dir einen Tipp gegeben hätte.« »Ich werde es versuchen«, bestätigte Harry zuversichtlich. »Und wenn ich es nicht schaffen sollte, mit dem Wassermenschen in Kontakt zu treten, dann werde ich wohl Albus fragen müssen.« Verwundert wollte Remus wissen. »Warum fragst du ihn nicht gleich?« »Weil es Dinge gibt, die ich allein ihn meistern möchte. Was soll's. Wenn ich es nicht hinbekomme, dann gehe ich hoch ins Büro und bitte ihn darum. Es ist ja nicht so, als würde dabei viel Zeit draufgehen.« In seinem Vorhaben bestärkte Hermine ihn, so dass er sich, nachdem sie Hogwarts erreicht hatten, von den Dreien trennte, um zum großen See zu gehen. Er war davon überzeugt, dass es nicht allzu schwer sein würde, mit Wassermenschen zu kommunizieren. Man könnte sich mit den Händen und Füßen verständlich machen. Gabriel machte es heute manchmal auch noch so, denn sehr gut beherrschte sie die Sprache ihres Schwagers noch nicht. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.